Es gibt Tage, an denen ich mit aller Macht versuche, durch bloße Konzentration einen Hitzeblick zu entwickeln, wie Superman ihn hat. Und glaub mir bitte eins, Flachzange, wenn ich das hier schaffen sollte, werde ich den Laden hier sofort abfackeln. Ich stand immer auf den Silver Surfer. Häng, häng, häng. Halt's Maul und komm mit. Mit der Zeit gewöhnt man sich an das Gemecker von Dr. Cox. Und natürlich ist der Laborant wieder weit und breit nicht zu sehen, weshalb ich die Werte nicht bekomme, die ich so dringend brauche. Wir sollten ihm einen netten Brief schreiben, meinst du nicht auch? Liebes, unfähiges, dummes Arschloch. Dr. Cox ist eigentlich gar nicht sauer. Er blödelt einfach nur rum. Okay, vielleicht ist er ein bisschen sauer. Das Zeug war überflüssig. Sind Sie fertig? Er hat sich beim Rasieren geschnitten.